Buona Pascua, hört man häufig dieser Tage in den Straßen Roms, hier um uns herum. Auch heute noch, obwohl das Osterfest ja bereits schon einige Tage hinter uns zurückliegt. Das Osterfest ist ausgezogen in einen einzigen Tag, der acht Tage lang dauert, um würdig zu begehen, was für uns ein so großes Ereignis ist. Interessanterweise heißt in Italien der Montag nach Ostern, der Ostermontag, Lunedì dell'Agnelo, der Montag des Lammes. Der Hintergrund für diesen Namen hat sicherlich mit dem Passchafest zu tun, mit dem Osterlamm der Juden. Aber es gibt noch einen anderen Hintergrund, der für uns vielleicht interessant sein kann. In der zweiten Lesung der Osternacht haben wir das 22. Kapitel der Genesis gelesen, wo Abrahams Glaube auf den Prüfstand gestellt wird. Er soll, so wird ihm gesagt, seinen einzigen und vielgeliebten Sohn Isaac als Opfer darbringen. Auf dem Weg zu dem Berg, auf dem er ihn darbringen soll, fragt ihn nun sein Sohn, hier ist das Feuer, hier ist das Holz, aber wo ist das Opfertier? Und Abraham gibt ihm die prophetische Antwort, Gott selbst wird sich das Opferlamm aussuchen. Gott selbst wird das Opferlamm stellen. Und in der nächsten Szene, wo Abraham seinen Sohn fast dargebracht hat als Opfer und der Engel ihm sozusagen in den Arm gefallen ist, um ihn daran zu hindern und ihn bezeugt hat, dass er wahren Glauben gezeigt hat, heißt es, Abraham hebt die Augen und sieht einen Widder mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Widder und nicht Lamm. Das Versprechen, die Prophezeiung, die er ausgesprochen hatte, Gott wird ein Opferlamm stellen, ist also noch nicht erfüllt. Wenn nun zu Beginn des Johannes-Evangeliums Jesus auf Johannes den Täufer zugeht und dieser seinen Jüngern sagt, seht, das Lamm Gottes, begreifen diese, dass es hier sich um jenes Lamm handelt, das Abraham einst versprochen hatte. Gott selbst hat in seinem Sohn, in Jesus Christus, jenes Opferlamm gestellt, das uns die Freiheit erkauft hat. In Christus ist uns die Freiheit geschenkt, er ist unser Opferlamm, er ist unsere Freiheit, unser Leben. Stets und immer und täglich ein Grund zur Freude, besonders dann, wenn wir in der Heiligen Messe beten, seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Diese Osterfreude möge uns auch in der ganzen Osterzeit und darüber hinaus noch begleiten.